Was brauchst du? Einen Schutz? Einen Schutz kannst du bekommen Mann, mir läuft die Suppe nur so rund Scheiß Moskitos Scheiß, wie ging der Doppel-Takedown? Hey! Du musst schreien, hier! Ah! Heilen, heilen! Ah, nein! Das war der Typ fürs Messer Hm? Trick Ist das heiß? Ach, das war der Typ. Ach, das war der Typ. Mach unbedingt deinen Schutz! Oh, oh! Ah, has to eat! So... Mach immer das Skopje Ach, mach immer das Skopje Du weißt, hör sich nicht! sketches Schöööhn, still und leise Das denn... şuööööhn, still und leise so geht es auch zwar schlecht als recht aber seien wir mir ehrlich ich wäre doch hier nie unbemerkt reingekommen so dämlich wie ich mich bei dem spiel anstelle hallo kleine maus da hinten ist wieder ein tiger okay der tiger haut ab büffel lass mich in ruhe büffel so der seite hätten wir vielleicht herankommen können weiß es nicht sieht es fast so aus verlorener brief kubanische zigarren dann schauen wir mal wie geht es weiter gehen wir nach bett und sind will es ich glaube ich fliege noch eine runde werde dann hier hingehen ja ich versuche mal ob ich zu der insel fliegen kann so machen wir das mit der ak kleidtür mit der lalala lalala bremsen noch mal kreis drehen das war ein hundsgemeiner baum ok ein relikt einkassiert direkt noch eine kiste aber grüne blätter sollte mein schaden wieder ausgleichen gibt es noch was hier auf der insel zwei boote magieren wir mal noch das relikt hier bleiben wir mal in der nähe vom ufer äh wildschweine wie krieg ich tue euch da nichts mädels wie komme ich hier hoch äh war hinten ah hier x interagieren a ist für geschütz wer versenkt hier welches boot ich glaube das hebe ich mir noch auf ist er vor ah schon wieder so jetzt haben wir vorwärts oh Ooooooooooooh! Okay. Ich würde sagen, gut eingeparkt. Es soll irgendwo Loot sein. Ich vermute fast, wir müssen in die Höhle. Was ist das? Eine Haigötze. Ups. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wollen wir das auch gleich noch nehmen. Autos standen noch hier ein paar rum. Keine Unschuldigen. Ups. Ernsthaft? Au. Sorry. Entschuldigung. Nein, ich wollte nur dein Auto haben. Ganz ehrlich. Kurz schauen. Also hier komme ich nie hoch. Doch, da hinten. Rapsa, Rapsa. Rapsa, Rapsa. Ralala. Ich glaube, das war ein cooler. Okay, hier ist noch ein Gleitschirm. So. Ich weiß, ein bisschen übertrieben diese Waffe. Hier eine Götze. Ja. Was? Ist das eine Schweine Götze? Ich habe eine Lootkiste angezeigt. Ah, hier ist eine hinter. Hopp. Kommen wir nicht lang, dann gehts hier lang. So. Nachladen. Nachladen. Ähm. Wappwapp. Wappwapp. Wieder außen. Packpack, packpack, ja. Kleine Hühnchen. So, so, so. das auto noch fahrbereit nein wer hätte das auch erwartet gerade ein weißes auto das auto da bett und schnell reise machen autofahren macht viel mehr laune da heilen wir uns vorher mal bei meinem fahrstil da 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 ich weiß gar nicht kriegt ihr die mucke überhaupt mit ich j desert autos ein feindliches lager sogar Äh... Ich glaube... Das holen wir uns. Scheint gemütlich und klein zu sein. Ich würde der Flucht nicht machen. Ich würde die Flucht nicht helfen. Ihr habt mich gar nicht gesehen. Komm, eil dich! Ah Gott. Nachladung dauert ja wohl bei der Knarre ein bisschen länger.